Na geht doch, Rudi Völler regelt. Wir gewinnen gegen Frankreich und ich finde gar nicht mal so unverdient mit 2 zu 1. Wir haben zwei sehr schöne Tore gesehen und heute gibt es hier das Blitzfazit direkt nach dem Spiel für euch, pünktlich. Und wenn ihr solche Fußball-Talks und Fußball-News mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn ich gebe mir auch in Zukunft Mühe, auch regelmäßig für euch News und auch Talks zum Fußball rauszuhauen. Einmal möchte ich für Thomas Müller eine Lanze brechen, der mit seinem nächsten Länderspiel-Tor gegen Frankreich zum 1 zu 0 auch wieder gezeigt hat, dass man einen Thomas Müller gebrauchen kann in diesem Team. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist und auch wenn die letzten Turniere jetzt nicht so toll waren, zeigt er dann doch, dass er auf der falschen Neuen besser aufgehoben ist wie zuletzt ein Havertz. Oder zumindest auch Argumente zeigt, warum er im Kader ist. Auch wenn er vielleicht mal nicht spielt, gefällt er mir von der Art. Er hat auch einfach was erreicht im Leben und solche Spieler braucht man um die ganzen jungen Wilden, um denen auch quasi mal zu zeigen, wie es zu laufen hat. Er hat auch, glaube ich, ein sehr gutes Standing und auch Feingefühl, um im Team auch Dinge vielleicht mal anzusprechen. Und solche Spieler sind meines Erachtens Gold wert. Von daher finde ich es sehr wichtig und ich freue mich für ihn, dass er auch wieder zeigen konnte, warum er nominiert wurde. Auch Lira Sané hat mir sehr gut gefallen, hat ja auch das 2-0 sehr sehenswert geschossen. Allerdings gab es dann natürlich noch den Fehler, wo er den Elfmeter für Frankreich verschuldet hat. Aber nun gut, das war kurz vor Schluss, hat ja dann auch nicht mehr geholfen. Griezmann schenkt seinem Kumpel Ter Stegen aus Barcelona-Zeiten einen ein. Und ich denke, das Ergebnis ist, finde ich, gerecht. Was haben wir jetzt im Spiel gesehen? Wir konnten definitiv beobachten, dass das alles wesentlich strukturierter ablief als gegen Japan. Gut, das ist jetzt keine große Messlatte gewesen, aber wir waren aggressiver. Wir haben die Franzosen gut angelaufen. Gerade ein Müller hat mir da so saugut gefallen. Auch ein Sané und Nabry, auch die anderen Spieler haben gut gepresst, muss ich sagen. Und waren im Pressing schon angenehm vom Anschauen mit zu beobachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das hat dann schon Spaß gemacht. Und ich denke auch, dass wir durchaus ein paar Szenen hatten, wo wir vielleicht sogar noch ein paar Chancen hätten mehr rausspielen können. Wo wir dann doch so ein bisschen den Zug zum Tor auch mal vermissen haben lassen und vielleicht auch mal Bälle vertändelt wurden. Klar war da jetzt nicht alles perfekt bei diesem Spiel, aber wir haben mal wieder eine Top-Mannschaft geschlagen. Ich kann mich unter Flick gar nicht erinnern. Es gab dann eigentlich immer unter Flick, also unter Flick wäre es typisch gewesen, wir hätten noch das 2-2 uns in der 93. Minute eingefangen. Und so ein 2-1 gegen Frankreich liest sich schön und das ist schon mal auch eine tolle Sache. Klar, Mbappé hat nicht gespielt, saß die ganze Zeit auf der Bank und klar hätte es dann vielleicht mit ihm nochmal anders ausgesehen. Denn der ist immer für ein Tor gut. Allerdings muss man auch sagen, 2-1 muss man auch gegen diese französische Nationalmannschaft erstmal gewinnen. Und ich fand es jetzt nicht unverdient. Auch generell hat mir auch ein Süle, der jetzt gerade Papa geworden ist zum zweiten Mal Glückwunsch, falls er das sehen sollte, was ich jetzt nicht glaube. Aber hat mir auch sehr gut gefallen, der gegen Japan echt versagt hat. Generell die ganze Abwehr war ja eine Katastrophe und das sah jetzt wirklich in diesem Spiel wesentlich besser aus. Und auch im Mittelfeld hat man gemerkt, okay, die Spieler stehen besser, es sieht alles geordneter aus. Es wirkt jetzt auch wirklich wieder wie eine deutsche Nationalmannschaft und keine Kirmestruppe. Also ich muss wirklich sagen, mir hat das heute wirklich gut gefallen. Und ich kann zwar jetzt nicht sagen, dass wir da die Franzosen an die Wand gespielt haben, das wäre jetzt Quatsch. Und sicherlich war da jetzt auch noch einiges, was wir gesehen haben, was man hätte verbessern können oder was noch verbessert werden muss. Aber es ist ein Achtungserfolg gegen eine Top-Mannschaft und mir hat das heute für den Anfang schon mal echt gut gefallen. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, auch wenn es nicht danach ausschaut und Rudi Völler keinen Bock hat. Ich könnte mit Rudi Völler auch gut als Trainer weiterhin leben. Ich bin gespannt, wen ihr da als Favorit seht. Jürgen Klopp hat wohl jetzt fest abgesagt, der hat Vertrag. Weiß nicht, ob da immer noch irgendwas möglich ist, wenn der DFB da wirklich nochmal ein paar Euro rauflegt. Oder vielleicht doch nochmal ihm da so ein bisschen vollquatscht. Aber das ist anscheinend jetzt zu 99,999 Prozent durch. Leider Gottes, hätte ich mich sehr gefreut. Nagelsmann wird immer wieder gefordert. Auch Bastian Schweinsteiger hat bei der ARD, falls ihr das gesehen habt, auch Louis van Gaal vorgeschlagen. Auch Football for Life, der Channel, Grüße gehen raus, hat auch Louis van Gaal in den Kommentaren unter meinem letzten Video vorgeschlagen. Und warum nicht? Könnte ich mir auch gut vorschlagen. Ich muss sagen, ich bin kein großer Nagelsmann-Fan. Seht's mir nach, den würde ich auch bei Dortmund nicht so gerne sehen. Ich finde den nicht so richtig sympathisch. Klar, Louis van Gaal ist jetzt auch keiner, mit dem man jetzt unbedingt einen Kaffee trinken möchte. Aber ich habe lieber so einen harten Hund, der schon mal was gerissen hat und der auch taktisch einfach wirklich weiß, wie man Mannschaften aushebeln kann, als jetzt so einen ganz jungen Trainer in so einer wichtigen Position vor der Heim-EM. Da habe ich dann lieber irgendwie so einen Fuchs. Wäre mir deutlich lieber. Und mal sehen, wer es jetzt wird. Es sind viele Namen im Umlauf und wir dürfen gespannt sein, wer Hansi Flick am Ende dann ablösen wird. Das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Lasst gerne, wie gesagt, ein kostenloses Abo da, wenn ihr Fußball-Talks und Fußball-News mögt. Heute mal eine erfreuliche Nachricht, muss ja auch mal wieder sein. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder in alter Frische auch vor der Kamera. Bis dann und ciao, ciao.